Hallo, ich bin Alex, ich bin der Zweite von dem Autorenkollektiv Breivest aus Ludwigsburg. An der Schlau noch mal von mir ein herzliches Dankeschön, dass Leute hier mit dabei sein dürfen. Und ich möchte eine kleine, kleine Kurzgeschichte vorlesen aus einem Sammelbäckchen, das ich mit einem anderen Autorenkreis, dem Autorenkreis Kornbrunnen aus Senftenberg zusammengestellt habe, zu den Jahreszeiten. Der Text passt jetzt vielleicht nicht so sehr zur jetzigen Jahreszeit, aber zum Wetter eigentlich durchaus. Im Herbst. Im Herbst färbt Grün sich, in bunter Pracht stirbt Geduld, Pault zu Schlamm und Furcht. In Hörsner sitzen schon die ersten Gruppen von Studenten, die auf den Beginn der Vorlesung waren. Er sucht sich wie üblich einen Platz in der hintersten Reihe, ignoriert das Mädchen, das mit herabhängigem Kopf auf dem letzten Platz direkt an der Wand sitzt und zieht seine Hacke aus. Achtlos stoppt er sie auf dem Sitz neben sich zu einem Knäuel zusammen und reibt die Hände aneinander, bis sie heiß werden. Fingerspitzen und Handflächen sind von einem Netz mikroskopisch kleiner roter Püppchen übersät. Er hasst den Herbst. Und das nicht nur, weil mit dem Ende des Sommers das Studium wieder beginnt. In dieser Jahreszeit hat er stets den Eindruck, als wichen alle Farben aus der Welt. Der Himmel verblasst, das Grün der Bäume stirbt ab, die Menschen ziehen sich immer dickere Kleidung an, verhüllen sich mit Schades, Handschuhen und Mützen. Selbst aus der Luft weicht jedes Leben und hinterlässt nichts als Wind, der einem ins Gesicht schneidet. Manchmal hat er den Eindruck, als wollte der Herbst die Menschen mit allen Mitteln brechen. Mit der Zungenspitze fährt er sich über die gesprungenen Lücken. Einen Moment lang schließt er die Augen. Hier im Mörsaal ist es warm und gemütlich, seine Hände kribbeln. Ein Geruch liegt in der Luft, kaum mehr wahrnehmbar. Ein Geruch, der ihm fast bekannt vorkommt. Jemand schluchzt. Er wendet den Kopf und betrachtet das Mädchen, das nur zwei Plätze von ihm entfernt sitzt und den Kopf leicht gegen die Wand lehnt. Sie sieht immer noch zu Boden, doch ihr Gesicht ist verzerrt und in dem Moment, in dem er hinschaut, rinnt eine Träne über ihre Wimpern. Er kann das Geräusch hören, mit dem sie zwischen ihren Füßen aufplatzt. Ein Geräusch wie der Geruch. Eine Winzigkeit zu laut, zu deutlich. »Hey, was ist denn?« fragt er. Er wird seinen Blick automatisch zu Boden gleitet. Dann verstummt er. Zwischen ihren Füßen schwimmt der Boden, wie es scheint, aber nicht in Tränen. Sein Herz setzt einen Schlag lang aus. Sein Blick wandert weiter nach oben, sucht nach ihren Armen. Und tatsächlich, der linke Ärmel ihres dünnen Pullovers ist vom Blut durchtränkt. Mit der rechten Hand umklammert sie ihr Handgelenk. Und sie stürzt. Leise und gepresst, als wolle sie unter keinen Umständen auffallen. Er sieht sich um. Auf den Mörsen der Partei sitzen einzelne Gruppen von Studenten, die sich unterhalten, miteinander lachen oder stillen Bücher und Zeitschriften versunken sind. Dieser Platz hier oben liegt in der hintersten Ecke des Saals. Niemand kann sie sehen, wenn er sich nicht extra nach ihnen umdreht. Wieder leckt er sich über die Lippen. Dann wendet er sich ein zweites Mal an das Mädchen. »Ey, du, was machst du denn da?« Sie antwortet mich. »Was ist, brauchst du Hilfe?« Sie schlurzt und schüttelt den Kopf. Weitere Tränen fallen zu Boden. »Nein, nein.« »Aber du blutest. Was ist denn passiert?« Sie lässt ihr linkes Handgelenk los und greift nach einem Gegenstand, der auf der Ablage vor ihr liegt. Dann streckt sie ihm die Hand entgegen. Sie hält ein kleines Messer, nicht größer als ein Schnellmesser, darin. An der Klingel fängt ein dunkelrote Fäden. Er fässt die Augen auf. Daraufhin schluckt sie erneut, lauter als zuvor. Und er wirkt einen schnellen Blick durch den Saal. Niemand zieht sich nach ihm um. Sie weint weiter und ein dünner Speichelfarben zieht sich um ihren Lippen in Richtung Boden. Die Blutlache um ihre Füße breitet sich träge aus. »Eklig«, murmelt er und denkt an die haufen toten Laubs, die zurzeit an jeder Straßenecke liegen. Manchmal sind sie mit Dreck und Schlamm benetzt, sodass sie zu einer einzigen ekelhaften Masse verflumpen. »Was soll denn das? Warum machst du das?« Darauf antwortet sie nicht. Die Hand, in der sie immer noch das Messer hält, bewegt sich langsam wie in Zeitrupe zurück zu ihren Armen. Und vor seinen Augen stößt sie sich die kurze Klingel erneut ins Fleisch, dicht über dem Handgelenk. Dunkles Blut starrt über ihre Fingerfläche. Verständnislos stößt er den Kopf. »Aber warum musst du das denn hier machen?« Sie öffnet die Augen und dreht den Kopf ein wenig, sodass sie ihn beinahe anzieht. »Ich will, dass die mich sehen. Einmal sollen die mich sehen,« flüstert sie, so leise, dass sie ihre Worte mehr erredet als wirklich hört. Er runzelt die Stirn. »Wer? Die Leute hier? Sind die Böse zu dir?« Sie schüttelt den Kopf. Wieder schlurft sie und wendet sich an. Das Kribbeln in seinen Fingern wird härter, stechender. Er schaut auf seine Hände ihn ab und sieht, dass das rote Punktmuster intensiver leuchtet als je zuvor. Er krümmt die Finger und spürt Nadelsteche in jedem Gelenk. Diese verdammte Jahreszeit, als wäre alles nicht schon schwer genug. »Äh, ich weiß nicht. Kann ich dir helfen?« Sie schüttelt den Kopf und er atmet ein wenig auf. Sie schließt ihr Augen und bettet den Kopf auf ihrem rechten Arm, den sie an der Schreibauflage abstürzt. Er sieht sich wieder im Saal um. Es ist voller geworden. Das Rauschen so wie der Stimmen spürt und mit Wirber durch die Luft. Niemand dreht sich nach ihnen um. Niemand sieht sie. Er nickt und mustert wieder das Mädchen. Sie sitzt da, zusammengesunden, die Augen geschlossen, während ihr dunkles Puder sich umarm pulsiert und immer mehr Boden um sie herum bewegt. Einen Moment überlegt er, was er tun soll. Er denkt an den Wind, der den Kopfschmerzen lässt, wenn man sich ihm zu lange entgegenstellt. An Regen und Wolken, die den Tag im schmutzig grauen Licht versinken lassen. An die Kälte, die Nasenspitze und oben gekühllos macht. Er denkt an all die überschlossenen Gesichter der Menschen auf den Straßen. An das frühe Aufstehen, an die Dunkelheit. An Seminare, Vorlesungen, Hausaufgaben, Klausuren und Hausaufwelten. Und dann denkt er an panische und erschrockene Rufe. An Tränen, an Martinshörner und Sirenen. An Notärzte, die hereingestürmt kommen und ihm beiseite schieben. Und auf einmal fühlt er sich selbst unglaublich müde. Er greift seine Jacke, steht auf und setzt sich drei Plätze weiter wieder hin. Er wirft den letzten Blick auf das Mädchen an der Wand, auf das Blut zu ihren Füßen. Und er trifft eine Entscheidung. Sollte ihn das Blut hier erreichen, wird er Alarm schlagen. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020